ein moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf der nfmarsch im ls22 im logistik Projekte mit mir und die blieben OstraTV und die blieben Fabi. Hallöchen. So, wir haben ein nächstes Problem. Ich bin voll. Der gute Fan Titus ist unterwegs, nicht? Ja, ist unterwegs. Der gute Fan von uns steht schon einen guten Moment lang. Was man auch machen könnte, was mir gerade eingefallen ist, aber ich weiß nicht, wie sich das mit den Produktionen verhält. Es gibt ja die Container vom Plantinium DLC. Ja. Wenn man schon mal anfängt, Holz zu lagern in so Containern. Äh, jetzt müssen wir aber auch nicht gerade her. Naja. Ich sag mal, desto mehr du vorausschauend arbeitest, desto stressfreier hast du es später. Na gut, aber... Brauchen wir immer ein paar Holz? Nein. Nö, noch nicht. Also. Aber man könnte schon mal was anpflanzen. Kannst du jetzt aber auch schon machen. Was? Das kannst du ja jetzt auch schon machen. Äh, Holzpflanzen, meinst du? Ja, also. Ja, ja, meine ich ja. Dass man jetzt schon mal pflanzt, weil die brauchen ja ein paar Jahre, bis die da sind. Ja gut, das, ja, das kannst du machen, ja. Weil das wäre vorausschauend, weil... Ja, egal. Den Container, okay, den brauchen wir jetzt noch nicht, aber... Wenn wir das Holz haben, dann kann man den Container kaufen und das Holz einlagern und wieder neu anpflanzen. Ja. Einige Produktionen dabei, oder? Wo müssen wir noch, weiß Gott, wie viel Geld verdienen? Heizkraftwerk. Dann würde ich sagen, kaufe... Dann kaufe ich auf jeden Fall schon mal die Setzmaschine für einen Stepper, oder? Ja. 26.000 Euro. Ja, und das ist halt die Frage, ob es sich mieten lohnt, aber das denkmal jedes Jahr, ja, jedes Mal. Also, ja, ich denke auf, also, ich sag mal so, 26.000 Euro tun nicht weh, und das Geld verdienen wir auf jeden Fall wieder. Oder, wie seht ihr das? Das hat jetzt keiner gesehen. Ja, komm, auch einfach. So. Jetzt hat die Geld gerade gefragt, aber überhaupt. Äh, ja, jetzt ist halt die Frage, wo setzen wir die Bäume? Setz ich einfach mit unten auf die Fläche? Oder... Das ist doof. Ja, das sind doof. Sind sonst irgendwelche kleinen... Flächen oder so, die man dafür nehmen könnte? Ja. Ja, gut, es gäbe Flächen. Äh, für 92.000 hab ich hier eine. Ja, gut, ich hatte für 97.000 jetzt eine. Ich hab für 82 eine, für größer. Wo ist denn die? Äh, 111. Äh, wenn du X drückst oder so? Ja, ne, 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 wenn du X drückst. 111, wo haben wir die denn? Ey, ich hab auch ein, äh, Stück... Ach, da! Ne, ne, guck aber eher nach Wiesenflächen, weil die anderen Flächen die würde ich für Produktionen frei halten. Also, die gibt's... Also, ich hätte jetzt gesagt, fällt 20, oder Wiese 20 von der Nummerierung, oder Wiese 28. Sind halt 115 und... Ne, aber komm, weißt du was, das ist ja viel gescheitert, dass wir das, äh, das Ding kaufen 49. Und jetzt sind schon Bäume drauf. Ja, aber da hast du auch mittendrin den Fluss, die Straße. Oh. Und du kannst, wenn du eine gerade Fläche hast, kannst du viel vernünftiger anpflanzen. Ja, aber... Ich muss mir gerade anpflanzen von Anfang an. Ah, hier, 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 ich hab's gefunden. Wir müssen ja noch nicht direkt roden, Shaggy. Warte mal, ich glaube, ich hab's gefunden. Warte, 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 warte. Ach, hier unten, die 35 meinst du? Ja. Das könnte man nehmen, das ist ne Wiese, ja. Doch, 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 doch. Ja, da hat man ne schöne... Da hast du ein Ding da drauf, aber das geht, das geht, doch, doch. Ja, gut, da ist doch ne schöne Fläche. Ja, ja, das geht. 76.000. 10.000 Euro. 76. Nee, da, wo ich bin. 10.000 Euro. Ach, das Ding, wo das Windrad steht. Ja. Reicht für, reich für den Anfang. Okay, ich hätte jetzt gesagt, hier die vernünftige Fläche, aber okay. Wie kommst denn hier überhaupt rein? Du, schlau Meier. Oh, ne. Okay. Kannst du schön gerade ziehen. Ja, auch, ja. Und 10.000 Euro ist nicht teuer. So viele Bäume, da ist Platz voll. Ja, hier kriegst du schon deine, weiß ich nicht, 30, 40 Bäume unter, aber... Nee, hier kriegst du mehr. Wobei das Problem, also ich sag mal so, die Fläche ist an sich gut, aber wo ich das Problem sehe, ist, wenn dir die Bäume ständig hier in den Zaun reinfallen. Nein. Nein, 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 nein. Das geht schon. Ist der Faszei- Ist der Faszei- ja was ist also so der arbeitet da ok ja oder gibt es noch das ist 50.000 das ist nicht viel mehr platz würde ich sagen ja kommt wir steigen mal da rein welches denn das als für eine fläche wenn stellen was richtig anzug ganz schön nebeneinander bringen die 100 bäume da ja moment du bist begrenzt durch ellers von der nähe wenn aus der auto mit einverstanden ist der rübenrohr braucht sieben stunden schnappolieren wir uns mal in sieben eher dafür aber zu links fliegelwerfung ist wichtig wir haben immer noch nichts zum aufladen von paletten aber jetzt kommt immerhin unser trailer mein einsatz ja ja oh die druckluftschläuche die sind ein bisschen lang geworden habe ich das gefühl nicht lang gezogen hab ich ein bisschen dran gezogen damit die dran gehen und dann abfahrt mhm ne oh schon vier rollpaletten der erste mit äh cp oder äh mit äh mit äh mit äh mit gps oder nicht no wo und der eh nix und der eh nix schickt er es in schnapplärks vorhalten oder ne 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 also 380 zu 1080 so äh welche waren jetzt die relativ ertragreichsten hier kiefer fichte von bis auf die sähpeln auch gar nicht ne yippie oder eine sekunde wir sind gleich hier ja so so Leute sind wir wieder zurück ähm 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 darfst du das? ja also ich kaufe Fichten check yp aber am ende bitte stehen dann kann ich dich noch abholen können und dann kann ich mich bald wieder wegfallen ja mal was ö mal was ö mal was ö Fichten so zu jägi sagte 100 also kaufe ich 100 und wenn das nicht geht dann sagen wir jägi ist schuld ja so so sonst komm ich zum umzufahren das ist kein Problem ich darf da 100 drauf ich finde 100 sieht richtig wenig aus auf dem Anhänger wir haben uns ein kleines neues Grundstück dazu gekauft Leute mhm so ja na du kannst fast alles in deinen Munk reinbekommen denk ich sogar deshalb äh probier äh sag mir bescheid wenn du verkaufst ja ja wobei so ein Blödsinn das ist das ist sammeln wir jeden Cent zusammengefühlt mhm ja ja als ob wir das Geschick nötig hätten ja 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 haben wir es doch ja äh also ich glaube im Verhältnis zu anderen Projekten aber gut zuhören ähm haben wir hier eigentlich sehr sehr wenig Geld sogar würde ich so behaupten weil die Flächen halt kostet weißgott was und die äh wie heißt die Scheiße die Produktion kostet auch weißgott wie wie das ist so ja ja gut und sind halt äh alles ist irgendwie aufwändiger sag ich mal ja das ist so ja weil im 19er hatten wir bei der Folgenanzahl schon mehr mehr ist nicht mehr ja ja das stimmt weil ich würde fast sagen Pelletfabrik und Sägewerk hatten wir da schon ja das ist so und den Komposter den haben wir ja auch das ist glaube ich das äh das Ding wo haben wir immer als allererstes gebraucht ja ja gut was relativ simpel ist relativ günstig ist anführungsstrichen und du bräuchst ja du brauchst auch nichts komposter fermenter und äh auch äh hier ähm das Sägewerk zunächst Düngerfabrik war eigentlich immer noch vorher Düngerfabrik ja stimmt sogar flüssig Dünger zum wiederverkaufen aber weiß ich gar nicht ob kann man das im 22ern äh kaufen ja gut das ist abhängig was der Mapper macht das ist das hängt nicht vom Spiel ab ne 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 ja 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 verstehe ich schon eben deshalb sag ich sie red ihr von der Map also nochmal kurz Info wir haben momentan ein Problem also nicht wie eigentlich hat die Portal Probleme deswegen leckt es manchmal auf Server und auch auf Team Street aber dafür können wir gar nichts was ist das doch 3200 Euro kriegt man äh die 1000 Liter äh wie lässt sich denn da äh würde es sich schon lohnen die äh Produktion zu kaufen Mami was da passiert Mami was denn da passiert haben Fehler gefunden von Giants was dann jetzt komm mal den Jonny welchen ja das war ja ja das war ja äh hehehe 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 also das ist das ist nicht nur ein Bug das ist wirklich ein Fehler nehm mal ab nehm mal ab nehm mal ab nehm mal ab äh zack zack ja kannst du rein oh nehm ähm jetzt sind wir gleich los interessant haben die wohl irgendwas falsch gemacht da hatten wir aber nie Probleme dafür ja man hat es benutzt ja das haben wir das letzte mal benutzt vor vier Monaten oder so ja ja da war dann dieses Patch mal schon nicht draußen freuchte ich da hätten wir uns dann mehr gemacht davon hehehe hehehe die Linien an geht das? Richtung ob so das nicht geht krack ne geht das zum hallo bäumchen warte mal die gehen nicht rein hehehe ja sehr gut erkannt Sherlock ne ne da vielleicht ne müsst ihr doch ein anderes Grundstück kaufen ha Gehen jetzt nicht viele Bäume drauf, Jackie, muss man schon sagen. Ich habe schon keinen Baum gepflanzt. Oder halt nur zum Baumlimmitz halt jetzt mal. Ja, das wird es auch sein. Ja, hat die. Stimmt, jetzt wirst du das. Pass auf, Landschaftsbau, Bäume. Geht bereits zu viele Bäume. Okay, dann müssen wir den Moor-Trees mit drauf nehmen. Ne, aber nicht gut. Ah, fahr. Egal, das bist trotzdem du schuld. Du hast ja da das Grundstück in 100 Bäume. Aktuell gehen ja keine Bäume noch. Ja, das ist ein Bum, was findet ihr, Jackie? Den Leckerli. Ja, das Leckerli kann es ja bald geben. Pass auf, der kommt nicht. Ja, das glaube ich auch. Normalerweise schon. Ja, dann. Siehste? So, ich fahr mit dir, wenn du das Leckerli wieder auswohnen im Park. Ja. Geh mal da irgendeine Teure. Ich nehm Slash. Achso, ich schlag gerade ab, Jackie, gell? Oh, der ist so gerade ab. Ja. Ja. Ist eigentlich schon ist egal. Ja, ist egal. Oh, 91%. Nee. 96. 97. Ja, kriegst du sowieso immer noch nicht ganz. 98. Ja, krieg ich nicht ganz. Ich muss doch was klein. Ja. Warte mal kurz. Der Streifen ist weg, somit. Und wüsste nur noch das hintere Ding. Ich glaube, den Siebener müssen wir dringend wieder umbereifen. Das ist sehr merkwürdig. Aber jetzt aber... Ja, wenn du so nur auf dem Hof rumkutschst oder so arbeiten machst, dann geht das. Aber wenn du dann mal so längere Touren fährst irgendwo lang, ist das schon sehr ungewohnt. Ist das schon die dritte Folge, wo nehmen wir hier auf? Ja. Bist du sicher? Ja. Glaubst du nämlich nicht? Ich auch nicht. Aber ja. Nee, ist die zweite. Wir haben ja einen Stopp gemacht. Stimmt. Deshalb kam es über die in Dritte. Ja. Aber die Folge ist jetzt eh vorbei. Jawohl. Die Folge ist vorbei. Deshalb bei Ihnen vorne... Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abo lassen. Und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.